Ich will keinen Pikachu Doch wills du? Ich mag Pikachu nicht Ich hab schon Raichu das reicht Na dann speichern wir gleich nochmal So, dritt Du hast vielleicht wen sehen der das nicht interessiert Body check Ach ja, durch Body check verlierst du auch Ja mach mal selber Blick verfehlen jetzt ernsthaft die hyperbälle ich will den meisterball nicht ansetzen ab kannst du haben ja das mit dem meisterball ne den setz ich nicht dafür ein ja klar er geht doch jawoll zappt aus den christus wenn nun zweites mal gegen giovanni angetreten bist da bin ich ja schon längst durch gewesen du musstest ja einmal dieses dieses scope holen aus dem casino da muss es ja wieder in die seine muss in den tower reingehen da musst du dieses komische gebäude reingehen ja da war ich noch nicht da kriegst du meisterball den ersten muss ich noch machen so zappt aus das ist schon mal gut die kann so eine scheiß attacken fliegen ein bisschen die schwindigkeit zu lange ablegen so jetzt brauche ich eigentlich tourboga nicht mehr weil es hat doch sie eigentlich fliegen kann level 50 ist sogar das ist der schneider blitz nein 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 ich habe nur einen supertrank dabei noch fuck 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 attacke hui machen wir im kämmerung ist klar kennt bereits okay goldini attacke ging daneben bin auch noch verwirrt attacke ging daneben fick dich doch tschüss tut tschüss tschüss knapp knapp herr weiter geholt ja ja ein paar minütchen nein ich will keine superbelle kaufen gerade warte mal wo gab es den poko mit level 20 müssen ja hier auch irgendwo gewesen sein wir haben nicht gekämpft mit freunde klar gekämpft alter was ist denn los alter jeder tag geht daneben frisst das ganz ehrlich das scheiße bösewicht auch dauert mich zu lange da oben ach ja wieder rein tschüss tschüss tot sterben ein wähle ist den dach ankommen ich kämpfe gegen alle pokémon hier exercising krainer in ihr recht wenn er nun verwendet daher sind ganz viele trainer als viele trainer trainer stepp 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 35 bin ich nicht bin ich schlafen bei polo soll nicht schlafen und noch mal sterben und noch mal sterben und danke die letzten 36 nach nebel nach nebel nacht nebel nacht nebel nacht nebel nacht nebel jetzt ich brauche ja okay für wen das denn so wozu trainiere ich dass sich das langweil oder was ja klar da krieg dich ja die große hatte diesmal keine wirkung mit 32 für sabrina ok bin ich ja doch ein paar bilder vor gesundheit und er hat sich schon wieder nicht gemütet er ne er war zu faul das warst du ich war das nicht wo kann man hinter da rein einmal wiederbeleben so jetzt tauschen wir ja zappt aus tschede warme und tschüss ach nö das diesmal nicht ganz gleich ganz erledigt auch mit dem wickel piss dich ne hier wollte ich nicht rein ich wollte da oben rein ein ständer scheiß genug fans sei vor allem denn du setzt genesung ein wobei das noch kein hp verloren hat ne auch gut top für dich geiler trainer geiler trainer muss ich schon sagen der trainer hat echt nix drauf die unseren den die im stellen die ha die 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 gemenze die kass das team erreicht level 30 versuch slams zu erlernen na endlich noch ne bessere attacke ehhh ja na will ich komm weg hey hey ein dragonier na geht doch zack und der nächste trainer ha 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 jetzt ist das alles gut ist doch alles gut ich hab doch nichts gemacht SLAM PARRAS die furie macht furienschlag hehehe schlecht die attacke ging daneben Was so schlecht? Ja das weiß ich. Nein ich wollte den Trainer einen Tee hee fuck, aber aus den Superbike geworfen was dem Trainer gehört. Ja weil ich falsch gedrückt hab. Ach man ey. Du kannst keine weiteren Items tragen alter willst du sterben oder so? Du stinkst nach Fisch vielleicht, deswegen. Boah kann irgendeiner Toxin leeren. Jeder kann Toxin? Hä? Ich hoffe mit dem scheiß Fotzirnschlag. Ja. Kann irgendwie fast jeder. Das ist voll merkwürdig. Aber Toxin ist doch ne Gift...